Hä? Ich schwöre ich kann nichts mehr machen. Verpiss dich. So, wir gehen Outlast. Passt auf. Start jetzt nochmal. Ich habe Avengers Nachricht gesehen. Das ist schon mal gut. Digga, ich habe keinen Bock auf dieses Geld. Das ist das Schuss. Das macht mir so Angst. Alles geht einfach. Segt dir Licht aus, Digga. Segt dir, Digga. Bruder, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss oder was ich machen muss, Digga. Hört ihr was? Voll laut, gell? Was muss ich nochmal drücken? Was sind die Tasten? Für Kamera und Video und so. Damit renne ich, okay. Ah, das damit mache ich wieder. Verpisst euch, Digga, nicht aus, Digga. Junge, ihr wollt mich ficken, gell? Hier. Hier, ich mach auf. Ich kann nicht. Wala, ich kann nicht. Ich kann nicht mal Bildschirm zurück. Wenn ich Windows-Taste drücke, geht es einfach nicht, Bruder. Fickt euch lang. Ihr seht mich doch gar nicht so, Digga. Ihr seht mich doch gar nicht so, Digga. So bockt sich doch gar nicht, Digga. Was muss ich drücken? Wie drücke ich das? Chat, ihr habt aber, glaube ich, nicht verstanden. Ich hab keine Ahnung von dem Game. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Bruder, ich hasse so Games, Digga. Wirklich. Du Bastard, der. Wala, ich hab keinen Bock da drauf. Er kann nicht GTA gehen, Chat. Wala, bitte lass mich GTA gehen. Ich verschenke auch 20 Subs, Digga. Bitte. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss, Digga. Wala. Wala, ich hab keine Ahnung. Ich hab nur Angst, dass ich mich umdrehe, dass irgend so ein Peach kommt, Digga. Äh. 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 Wajau. Also, pass auf, was du sagst, kleiner Mund. Sick, dir. Was für ein kleiner Mund, Junge. Muss ich runter? Ich weiß nicht, Bruder. Irgendein Geist oder irgendein Peach singt hier so irgendwas, Digga. Muss zum Brunnen. Oh ja. Wo ist dieser Brunnen noch mal? Mach neue Abstimmung, mach neue Abstimmung. Ich geh mal zum Brunnen. Oh, da, dieser Brunnen sieht nicht gesund aus, sag ich euch ehrlich. Oi, du Wichser, Digga. Schwurf meine Mutter, Digga. Was zocken wir da, Digga? Du kleine Wichser, Brunnen. Ja, did es? Baaaaaah. Harfel, ich hab die euch in die Hose gekämpft. Oi, du Wichser. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh. Ihr seht meinen Jumpscare so nicht. Ihr wolltet doch, dass ich dunkel mache. Dann hab ich jetzt dunkel. Jetzt seht ihr meinen Jumpscare wenigstens nicht. Ei, 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 ei... Wer hat gewonnen? Sick, der GTA, Digga. Ich will doch GTA gehen, Digga. Licht an auf einmal jetzt auf einmal Licht an ich konnte mich doch früher in diese Schränke verstecken warum kann ich mich heute nicht in diese Schränke verstecken soll ich anmachen wie der Licht ja gerade war doch wieder Abstimmung ihr wolltet doch dass ich hier bleibe diese Scheiße aber so sieht ihr dass ich mich erschrecke ich höre es doch schon das ist nicht für mich das ist nicht für mich dieses Spiel was sind das für Stimmen die ganze Zeit Digger wow dieser Schrank ist aufgegangen nein guck nicht nach hinten guck nicht nach hinten das ist ja so irgendwo rein oder gleich kommt wieder irgend so ein jumpscare seid ehrlich ich habe keine angst kommt doch lange nachkommen bevor ich euch wegschepper so oder ich bleibe hier kann ich nicht in diese schranke einfach chillen verschiebt den schrank welchen den hier oder den hier ich kann hier nicht mehr raus ich bin doch beim schrank welcher schrank denn ich kann den nicht schieben hier kann ich zur decke den hier zur decke wie komme ich denn damit nach vorne über die Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da raus? Du musst raus. Ja wie denn? Ich kann nicht hochklettern. Wie klettert man hoch? Ah, so kennt ihr das wenn eure Eltern das machen. Aber die wissen gar nicht was Sache ist. Ich kann die Donation nicht mal lesen Bro. Ich kann nicht. Weil diese Game blockiert. Ich kann meine Maus nicht benutzen. Beamer zur Leinwand. Wo ist Leinwand? Okay, so. So, Beamer zur Leinwand. Wie kriege ich diese Beamer jetzt hier durch? Oder hier durch? Das geht doch gar nicht. So. Jetzt hier. Jeder sagt mir was anderes. Ja ne hier. Zeig mir. Wie kriege ich diese Beamer jetzt hier durch? Es passt nicht. 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 Du musst zum Spind. Bei dem Gang. Oder jeder sagt was anderes. Voilà. Ich geh wieder zum Spind. Und es ist sehr sehr unbeliebt eigentlich, dass ich wieder zu dieser Spind geh. Das war Jessica's. Geh rein. Mach zu. Okay. Öh. Okay. Und jetzt? Und dann guck mal wie ihr schreibt von zu Hause. Ihr sitzt in euer warme Bett. Und ihr sagt. Werd man. Werd man. Spielt jemand? Ich hab gar keine Angst. Nur Schauspielerei. Hier. Ich lauf. Ich hab gar keine Angst. Blake! Du kleine Missgeburt. Digga. Boah. Digga. Boah. Wanda meine Hände schwitzen. Bruderherz. Wanda mein Akku geht leer. Wie kann ich aufladen? sher kircheln. 부� falaتي. Das ist wichtig. Mer simpel. Was macht das super? Merれ? mis faz Salin? Hallo? Wie geht's? Du klein... Du bastard! WALA! 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 Ich wuff meine Mutter rein! WALA bitte rein! Safi Jet! Das war's mit Outlast! Wir machen morgen weiter, okay? WALA! 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 Er muss nicht gelронen, warum muss ich wieder rennen? Mach auf! RENNN Ah lecht, Junge, lasst mich mal was anderes zocken. Digger Digga voila er rennt wieder. Er schreit direkt Paranoia Wollah er kommt, er kommt Er kommt wieder Nehmen wir das mit Woher in die blöde Stadt Ich sag's ich kann nichts machen Ich kann den nicht abknallen oder so Was findest du denn von da hinten jetzt Da vorne Da vorne Hey! Auf der Seite! Unser Herz ist fein Wir haben das für mich zu tun Mach auf! 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 So fan! Wo musst ich hin Jet? Wenn du eben siehst Dann ist��! Ich will weg! Wir beginnen! mit dem Weg oder tschüssig was muss ich machen muss ich denn in die Medien ein Toilette nicht drin verstecken kann Er schützt Zion, um die Krankheit zu sterben. Wohin in der flotten Stadt. Er ist gekommen. Er wird in der Feuer. Er wird in der Flasche.